nicht neidisch werden beim betrachten dieser bilder ich habe die erlaubnis bekommen vom fischer peel mal über seinen see zu fliegen das habe ich gerne angenommen habe die drohne ausgepackt und bin mal um den see gekreist und ich bin gespannt wie die aufnahmen so geworden sind ansonsten ist es natürlich immer ein großes glück wenn man in dieser doch so hektischen corona zeit den ein oder anderen moment erwischt wie ich heute und ein paar minuten für sich hat um die seele bauen zu lassen bleibt gesund so 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 Vielen Dank. Vielen Dank.